Ich rasier die hier gerade alle bei A weg Digga! Was ich hier reiß? Nein, nicht auf mich! Oh Gott! Was geht ab meine Überlebenskünstler und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir werden heute auf jeden Fall Insurgency Sandstorm zocken und für den einen oder anderen, der nicht weiß, was das für ein Spiel ist, es ist ein ultra realistischer taktisch-Shooter, also kein Vergleich zu Call of Duty oder Battlefield. Der, wo mehr darüber wissen will, einfach mal in die Videobeschreibung schauen, da habe ich den Link zum Trailer, da wird es nochmal genauer erklärt. Und ich würde jetzt gar nicht lang schnacken, wir hatten zwei mega gute Runden und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Jetzt geht's rein in das Video. Äh, ich bin da. Hallo! Hier ist so viel Dinger-Bewegung. Oh mein Gott! Ich habe hier einfach vier Leute kurz geholt, in dem Gang. Ja genau, da unten guckt, da liegen sie alle. Da ist doch noch einer! Oh! Ah, ich habe mich gerade umgedreht, wo? Hier, hier, ich habe ihn. Okay. Habe ich? Was? Ich komme zu dir. Bin ich? Das ist bloß nicht schwer auf mich. Ich habe gerade gekriegt, aber ich weiß nicht von wo. Okay. Mach am Marktplatz. Oben auf dem Dach ist der. Auf dem Marktplatz, links oben auf dem Dach. Halt deinen Maul, wie kommt der da hoch? Ja, ja, ja. Der guckt nur hier runter. Okay, der wurde gerade sowas von da weggeschossen. Ja, wichtig. Ich gehe zu C. Ich weiß nicht genau, wo ich gerade hinlaufen soll. Ja. Ich, 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 ich. Paz-Situation, bei mir ist einer drin. Ich komme zu C. Hab ihn. Na, ist okay, dann gehe ich zu B. Hey, ich spiele mit der AKM. Mhm. Digga. Gefühlt ist die ja ganz böse. Da muss noch einer sein bei C, weil es blinkt immer noch. Fuck my life. Ja, ich komme. Hab ihn. Nein, noch einer. Noch einer. Unten bei der Treppe. Die sitzen alle unten in dem Räumchen. Jetzt kommen die hoch. Alter, ich habe 100 Meter zu C. Ich muss zu A. Hab einen. Ich bin nicht bei dir. Oh, fuck. Da waren zu viele, Bro. Da waren zu viele. Ja, ja. Die kamen alle da unten aus dem Räumchen. Wow. Wieso schießt er auf mich? Ich war es. Ich war es nicht. Nee, nee, dieser Warlock-Kopf da. Ja, ich habe vorhin auch auf einen aus Versehen geschossen. Einen habe ich bei B. Oder Richtung B. Oh. Ich bin auf dem Marktplatz. Ja, ich auch. Marktplatz geht ab. Hab einen. 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 Ich bin links. Marktplatz runter. Ich bin in dem Tunnel drin. Muss reloaden. Nein, von links. Hinter mir. Hey, hockt da wieder einer auf dem Dach? Alter. Das wird immer der gleiche sein. Ich bin jetzt quasi da, wo du bei C rein kannst. Versuch mal so zu B zu kommen. Versuch auch grad zu B. Wieso nimmt mir der Dude B nicht ein? Kann mir das einer mal verraten? Ah, hier oben auf dem Marktplatz ist ein Fenster, Digga. Da kannst du dann auf dieses Dach. Bin bei B, Michi. Ja, ich lauf gerade hin. Ich versuch den Gang zu clearn. Hab ihn. Nice. B ist safe. Gleich zu A. Die sind unter uns in dem Gang, glaub ich. Einer ist tot. Ich bin oben lang, Luke. Einen hab ich. Unten. Ich bin richtig close an A dran. Ja, ich bin noch da oben in dem C verloren. Bin bei A. Meiner. Steps bei mir. Ich bin grad gestorben. Der hat mich gequickscoped. A habe ich 80 Meter. Bin dead, bin dead. Wir sind zu zweit jetzt wieder bei A. Wir haben C verloren. Ich gehe zu C. Und mein Glück nochmal bei A. Wenn die alle weg von A. Okay, A wird eingenommen. Ach, das ist ein Gegner. Oh Gott, war das schlecht. Oh Gott, war das schlecht. Ha. Noob. Noob. Nein. Der wartet einfach hier an der Treppe. Du bist so... Du bist so schlecht. Also da ist einer, der safet nur C. Ich glaub das ist gar nicht so dumm. Eine Position einnehmen und die abähmen, wenn man zwei hat. Ich bin hinter dir. Ja, ich lauf über dem Marktplatz. Hab einen unten. Irgendwo dahinten ist ein Scharfschützer. Ganz hinten am Flur. Vorsicht. Den nicht. Ich bin auch weiter gelaufen. Zu uns sicher. Ich hole B. Nein, der steht da, Digga. Bin bei B. Hier. Noo. Mega, okay, jetzt war mein Aim zu langsam. Was war denn das gerade? Ich rasier die hier gerade alle bei A weg. Ich hab alle bei A. Ich nehm A wieder ein. Ich bin bei C gespawnt, wo C. Ich versuch's. Der blauer Van. Einer ist dead. Zweiter ist dead. Blauer Van ist safe. Blue Van ist safe. Blue Van. Gott hab ich die. Was passiert? Ich versuch grad nach oben zu kommen. Ich rapsquart nicht oben. Was ist das? Das Nakatomi Plaza, Digga. Naja. Oh, was ist das für ne schöne Map, alter. Hab ne Nate hochgeworfen. Nice. Da war noch einer. Hab noch einen. Unten in der Halle meinst du? Ich seh ihn. Hab einen. Hab noch einen. Hab noch einen. Hab noch einen. Uh. Uh. Nein. Ich muss nachladen. Hinter uns. Oben auf dem Podest. Oh nein. Ich versuch gleich wieder so schnell wie möglich zu B, also nach oben zu kommen. Wir sollten was einnehmen. Und dann, was ist das für ne schöne Map, alter. Ich seh ihn. Okay, wer auf dich? Okay, wer auf dich? Einen müsste ich haben. Ich werf da ne, ich werf da ne Nate rüber. Groen Grenade. Alle! Unruhung Grenade! Unruhung Grenade! Unruhung Grenade! Unruhung Grenade! Unruhung Grenade! Unruhung Grenade, ein Messer! ich wurde angesnipet keine ahnung von wo hier vorne ist doch jeder tot habt gesehen ein habe ich dahinter hinter mir die kommen wieder von osten osten ja ich bin bei b ich nehm b wieder ein hey 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 mate was machst du da hab nochmal einen ostseite ostseite halle nein ich bin bei b habe ich danke direkt vor uns habe ich was ich hier reiß man nicht auf mich oh mein gott liebe leute was passiert hier und jetzt habe ich jetzt habe ich gulasch keine munition ne ok bin dead hundensieg so liebe leute wir werden dann auch schon wieder am ende von diesem video wenn es dir gefallen hat dann gib mir doch einen daumen nach oben abonniere den kanal um kein weiteres spontanes video zu verpassen und in diesem sinne bleibt geschmeidig bis zum nächsten mal weil bis zu bis 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 bis